René, wie hat dir heute die Vorführung gefallen? Ja, ich war schon bei sehr vielen Vorführungen dabei. Also es ist immer top, alles. Heute wieder bei Lerch Günther. Essen, Musikanten. Man lernt wieder viele Freunde kennen. Man trifft viele. Also ich kann da immer nur das Positivste sagen, das man es gibt. Und die TurboSounds-App ist sowieso das Beste. Jeder, wer noch nicht mit der TurboSounds-App spielt, sage ich immer, der ist selber schuld. Ich hoffe, dass wir immer mehr werden in unserer Gemeinschaft. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Weil das ist einfach nicht nur musikalisch, sondern auch, haben sich Freundschaften entwickelt in den letzten Jahren. Und die möchte ich nicht missen. Super. Muss ich noch was sagen? Wie du möchtest. Wir sind extra aus Oberösterreich, hergefahren nach Rupendorf, mit dem Wohnwagen. Wir stehen jetzt in Zell am See, am Campingplatz. Wir fahren ungefähr mit dem Wohnwagen 2,5 Stunden locker daher. Und wir haben aber den Weg gern auf uns genommen. Und ja, wie gesagt, ohne TurboRenne und ohne Turbine wäre das alles nicht möglich. Und wir kennen Sie jetzt seit fast schon 3 Jahren. Und das ist einfach eine super Sache. Und für dich möchte ich mich einmal recht herzlich bedanken. Bei meinen Freunden aus Bad Reichenhall, beim TurboRenne und bei der Turbine. Herzlichen Dank. Wir sagen auch recht herzlichen Dank. Und schön, dass wir euch kennenlernen durften und gute Freunde sind. Jawohl. Dankeschön. Schönen Abend noch, René. Danke. Danke.